Chatten, wo auch immer Sie sind? Das geht ab sofort auch mit Ihrer Kreissparkasse Schwalm-Eder. Herzlich willkommen beim Videochat. Was kann ich für Sie tun? Hallo, wir sind nach Melsungen gezogen und ich möchte gerne ein neues Girokonto eröffnen. Sehr gerne. Hier zeige ich Ihnen unsere Girokontomodelle. Ihre Kontonummer und all Ihre Unterlagen stelle ich Ihnen in Ihr elektronisches Postfach. Die Sparkassenkarte wird Ihnen in den nächsten Tagen zugeschickt. Mit der neuen Internetfiliale www.kskse.de stehen Ihnen neue Wege offen mit Ihrer Kreissparkasse in Kontakt zu treten. Melden Sie sich in der Menüleiste oben mit Ihren Online-Banking-Daten wie gewohnt an. Sofort wird Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner angezeigt. Tragen Sie sich selbstständig einen Termin in dessen Kalender ein oder rufen Sie uns an. Ab sofort sind wir zudem per Textchat und Videoberatung für Sie da. Handelt es sich um allgemeine Fragen, erreichen Sie uns auch bequem per WhatsApp. Alle allgemeinen Finanzthemen und praktische Tipps finden Sie im Blog der Kreissparkasse Schwalm-Eder. Egal ob Sie nach aktuellen Informationen suchen oder beispielsweise eine Checkliste für den Umzug benötigen. Hier werden Sie fündig und gelangen mit einem Mausklick zur Internetfiliale, auf der die passenden Produkte bequem online abschließbar sind. Langfristig gesehen würden meine Freunde noch nicht gerne in die eigenen vier Wände ziehen, aber wir sind uns noch nicht sicher, ob wir uns das auch leisten können. Mit einem Finanzcheck können wir gezielt planen, wie wir am besten Ihre Wünsche erfüllen. Möchten Sie einen Termin zur Videoberatung oder in eine unserer Geschäftsstellen kommen? Wie Sie uns erreichen, entscheiden Sie. Per Textchat, Videoberatung, Telefon oder in der Geschäftsstelle. Erreichbar ist einfach. Kreissparkasse Schwalm-Eder Erreichbar ist einfach. Ein Sieg Erreichbar ist einfach.